Was jetzt immer mehr wert ist der Trend zum Gravel-Bike. Der Unterschied zu den Rennrädern ist einfach, die haben wir einen dickeren Raufen mit ein bisschen mehr Profil. Das heißt, man kann auch einmal auf einer Schoterstroße fahren oder geübte Fahrer können auch einmal einen Flow-Trail damit runterfahren. Wir haben da von unseren diversen Herstellern ein paar Gravel-Bikes immer da. Kommt ihr vorbei, schaut euch das durch.